Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde League of Legends Uhr. Ich hoffe, dass wir dieses Mal nicht so krasse Feeder im Team haben, dass alle Lanes einfach verkacken. Ich freue mich über den Ding, ob ich einfach komplett durchrolle, dass meine Teammates gute Champions kriegen und ich nicht. Dass da was bei rumkommt. Ich will Kassel spielen, aber ich rolle einfach, dass mein Team Auswahl hat für gute Champions. Ich glaube, ich gehe auf EVE mit Elektrozyklen. Ich meine, Kassel ist auch super stark, aber ich glaube, EVE ist wohl jemand, womit ich carryen könnte zur Not. Auch wenn ich die neue noch nicht so viel gespielt hatte. Die alte damals, ohne dieses Charme und sowas, die ja quasi als Passiv hatte, dass sie ja unsichtbar war und sowas. Die habe ich oft gespielt und viel gespielt, vor allem auch im Jungle, aber die nicht so viel. Ich glaube, die habe ich jetzt drei, vier Games, seitdem die rausgespielt. Aber ich hoffe, dass was wird. Wir haben die Lauwee, wir haben ein ziemlich Tankteam. Ich hoffe, es funktioniert. Also wir sind das dann in-game und los geht's. Jawohl, da sind wir in-game und wollen Gegner sehen und sie... Nett Fragen, ob wir gewinnen dürfen. Ich hoffe übrigens... Also wir haben echt ein blödes Gegner-Team, weil davon nur zwei Leute sind, die potenziell One-Shot sind. Oh. Nein! Das Barrier?! Oh, Mann. Ich habe nicht in Barrier-Leute, dann Barrier mit. Ich will auch nicht mehr unbedingt hoch. Aber wir können ja nochmal vorbeischauen, eventuell. Oh, oh. Das ist nämlich. Okay, das war kacke. Aber gut. Jetzt gucken wir, wer wohin geht und dann entscheiden wir, ob wir gewähnt sind. Danke. 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 Hallo, Mann. Es war noch lecker und nicht zuятно unbestimmt, wo ihr Leute geht, man muss weiter gehen, in Phänomsschast stitch ins Geheimtapult. Oh Gott. Ich komme doch gar nicht an die Leute ran. Oh, Minions. Nein, mich haben wirklich die Kack Minions getötet. Wäre geil, wenn ich Laudi mal einen ziehen würde und wir dann den vermöbeln könnten. Da würde super viel Schaden bei rumkommen und das innerhalb von kürzester Zeit. Danke. Kills sind wichtig. Jetzt muss ich halt eh nicht. Ich glaube, du solltest back gehen, Alter. Ein HP. Ich verstehe es halt nicht, warum sie weiterhin hinterher kommt. Das macht einfach gar keinen Sinn. Will sie sterben? Das war noch eben Schuhe. Nein, ich wurde zurückgezogen. Ich hätte Dings benutzen können. Dann muss ich mir auf jeden Fall auf die Dings-Taste legen, hier auf meine Maustaste. Verprüfe der Teil. Weil viele damit nicht klarkommen, wenn die dann Targets kommen. Wir können auch relativ schnell Drake machen, glaube ich. Ja, genau. Ja, genau. Bei mir bist du in guten Händen gekommen. Oh. Äh, nicht so geil. Ein Stückchen hell vor der Hölle. Fuck. Das war dämlich. Ich hätte auch weggehen sollen. Wo ich die Chance für hatte. Wo ich die Chance für hatte. Okay, jetzt bin ich gerade selber ein bisschen reinzacken. Aber das ist fein. Ich bin so dämlich. Oh nein, sie knallt. Nein. Krabbadons. Oh nein, komm schon. Oh fuck. asylian ist gemein der blöden ich wollte die warum hat er sowas nein kann ja sogar so solo okay gut das wusste ich nicht das mag ich glaube ich ein bisschen sinnlos da drauf zu packen wenn ich ja wenn ich nicht auslösen kann aber drags sind halt super wichtig ein Stückchen hängen vor der Hölle nein fuck nein ich konnte nicht mehr ulken ahhhh ich bin so kacke ahhhh lol ahhhh ich bin ich nicht zu haben ahhhh 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 ja jetzt schlemmte mich oder doch jawoll und jawoll uff sehr schön und p h Der Ulti, ne? Bleib hier auch gerade nur für die Vision. Diese Bomben tun so doll weh, ne? Ne, egal, ein bisschen mehr hier, wenn ich ehrlich bin. Mal kurz noch ein paar Snacks hier holen. Ja, genau, aber bei mir bist du in guten Händen! Dööööööö, oh! Nein! Hallo? Es ist doch nicht euer Ernst. Mann! Warum hat denn keiner Map-Awareness? Oh, ohne Spaß. Das ist doch nicht normal. Meine Fresse, ey. Oh, ja, Achtung, da ist einer. Auf einmal habt ihr Map-Awareness, ne? Pissar. Ich koste jeden Einzelnen Abschwein und auch nur noch verschwenden. Du, 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 du. Unser Klaus-Geräusch. Mann, ey. Regt mir aber schon noch viel zu viel auf. Vielleicht war ich dir diesmal vor, dass ein Drake kommt. Dass sie dann merken, dass er... Das nervt mich so, ne? Ich hatte ihn fast weg und dann merkt, dass kein Schwein, dass... Das hat... Ach, Mann. Hm. Das muss mir Empathie. Überlasse uns alles mehr. Bleib einfach genauso. Das ist so... Du wirst auch sterben. Seid ihr bis früh genug die Ulti raus, aber... Ja. War leider ganz so geil. Oh, nein. Warum benutzt ihr das denn? Naja, wie mir gesagt, geil, dass ihr wieder reinhüpfen könnt. Oh, das ist schon mal okay. Oh, what? Das war ein weirder Flash. Ich glaube nicht, dass er so geplant war, übrigens. Hab ich jeden gelegt, oder so? What the heck? Der hat mich zweimal geschlagen. Ich war tot. Jawoll. Da kam die Kraft der Eloi. Haben wir den Drake eigentlich bekommen? Ja. Der nice. Alter, er macht gut damage, der Booty. Pretty good damage macht der. Ich will halt nie dieses blöde Charme-Teil abwarten, ne? Das ist so nervig. Mercedes-Benz туда. Oh mein Gott! O mein Gott! Warum weiter sich da zu purpurchen? Wahrscheinlich mein Wort. Aber auch Mann. Warum bin ich denn so Kacke? Ganz ehrlich. Soll einfach dabei bleiben, was ich kann. objekte der berlin kann ja auch nicht und aber wir würden nicht alle vor dem drake sterben würden das ist nämlich äh nicht so neu so nicht bin ich nicht zu haben ach man warum hüpft denn alle auf mir drauf und wo kriegt die fünf werden schaden her alter gut gemacht sehr schön ulti genutzt zum escape meider habe ich ja so reilig oder so da war so ein bisschen mein game aus und machen dass ich einfach so nicht mit rein laufe das kann auch nicht euer ernst sein warum darf denn nie einen schotten gehen sonst hat sich niemand für die anderen ist auch einfach easy wollte quasi ran und sowas aber mir um genau ich sag so hart rein hier kann ich one shot oder heißt das doch ja genau wenn ihr das ein guten enden ah ja 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 ich werde verfolgt ich werde verfolgt ich werde verfolgt ich werde verfolgt BAM ich werde verfolgt ich werde verfolgt Nein, ich komme nicht weg ich werde verfolgt ja bringe ich aber vorher um, das ist auch ok, alter oh, meinen Frieser, alter ich muss irgendwas, um über zu überleben, alter glaube ich komme wirklich Rileys für so ein bisschen tankiness Fick dich, alter Nein, diese Kack-Bombe Oh, die Basel war eingerannt What the heck 123 okay das ist das okay aber wieder doch das schon okay und ich gerade schon wieder beschweren aber ich habe dieses game ich gar keinen grund mich zu beschweren weil ich selber so hart rein zack ok also weiß und so kann ich klären können wahrscheinlich auch gut taupen und sowas aber ich komme halt nicht dazu die haben halt herald gemacht das heißt die sind da irgendwo genau ich würde auch gerne einfach nur irgendwie in der nähe bleiben dass mein team die sieht nein dieser kack silian ach der sein kampf der giganten gegen flabber mit den freunden zusammen schafft er der scheiß ziel ja mit seiner kultine aber das nervt mich so hart er hat auch voll die kleine range oh mein gott kann man nicht dazu irgendein damage zu machen weil die alle so viel damit selber machen ich weiß auch gerade nicht was mir was mir einfach fast das finde ich auch heftig nein ich will nicht hätte auch dämlich jetzt hier weiter zu beweisen was das für ein monster 5.400 leben ja gut dass die tippe selber auch so hart reingekackt frage mich wie die anderen ist das machen weil ich voll oft gegen ich spiele weil ich kein flash hatte alter aber egal oft gegen ist gespielt und sowas wie einfach obwohl die keine items hatten aber super tanky waren ich habe so hart reingekackt dieses game ein bisschen mich einfach verstecken ich fand war echt stark alter juhu mission geschafft juhu noch eine kugel geiler gibt wir neue ja die wir dover doofmann ich habe gedacht dass ich weniger also dass die laurie deutlich mehr schaden gemacht hat ich habe auf jeden fall mehr als der trash ja gut da habe ich richtig hart reingekackt ich wünsche ich könnte mich wirklich so in luft auflösen so wie ive aber geht leider nicht war ein bisschen traurig paar momente hatte ich aber dann die momente ganz schön verflogen und ich war weg gut ich würde trotzdem sagen vielen dank fürs zuschauen weil es euch gefallen hat würde ich mich über eine weitere kommentare freuen ich hoffe wir uns beim nächsten mal wieder bis dann weiter und tschüss tschüss bye bye